Ja hallo, hier ist wieder euer Kostofit. Ich präsentiere euch jetzt ein neues Video von mir aus dem attraktierenden Park Zlatan, wo ich letztens war und zwar zeige ich euch ein Video von Ripsow Falls. Hersteller ist Reverschorn, ist Ludflum, Baujahr 1992 also 27 Jahre schon alt, Kapazität 600 Personen pro Stunde, Fahrzeug 2 Stunden 5 und pro Boot passen 4 Personen rein. Ja und ich wünsche euch jetzt halt viel Spaß mit den Aufnahmen von der Bahn von mir. Bis demnächst. ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020